Ach ja, ich erinnere mich. Und der Fisch war auch kalt. Sorry, beim nächsten Mal kannst du den ja besorgen. Mach ich. Ich wollte eher noch zum Obersee. Was ist an dem denn so besonders? Na, guck. Was? Der Obersee mit seinen ca. 20 Hektar großen Wasserfläche liegt im Bidifilter Stadtbezirk Schildesche. Neben den 3,5 Kilometer langen Rundwanderweg befinden sich zwei Spielplätze. Im Seekrug befindet sich eine Gaststätte mit Strandbar. Der See ist als Angelgewässer an einem Fischereiverein verpachtet. Rund um den 950 Meter langen und 300 Meter breiten See wurde ein befestigtes Weg. Angelegt wurde der künstliche Staussee in den Jahren 1977 bis 1982. Am östlichen Seeufer überquert die Bahnstrecke Haar Minden das Viaduct. Der Obersee ist ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet.